Servus liebe Zuschauer, so wie auf diesem Bild kennen oder kannten Sie mich bestimmt von diversen Sportveranstaltungen als Kameramann. Heute sehe ich etwa so aus. Sehen Sie den Unterschied, wie ich das innerhalb nur eines Monats geschafft habe, das zeige ich Ihnen jetzt. Um es gleich vorweg zu sagen, ohne Schweiß kein Preis. Doch mit so einem Top-Athleten wie Rene Röttge gelingt auch ein Wiedereinstieg in ein gesundes und sportliches Leben ohne größere Probleme. Abgesehen von einem extremen Muskelkater nach den ersten Einheiten stand vor allem der Spaß am Training im Vordergrund. Und das nicht nur bei mir. Mir macht es einfach Spaß, wenn ich Menschen dabei helfen kann, bei den Wünschen zu helfen, die sie haben und sie zu betreuen. Aber ich sage mal so, Eishockey ist immer noch nach wie vor Priorität. Das ist mein Leben und dafür gebe ich alles. Und das mache ich einfach nur so nebenbei, so wie es die Zeit auch erlaubt. Ja, die liebe Zeit. Das ist wohl für viele ein Hindernis oder vielmehr eine Ausrede, warum sie nichts für sich und ihren Körper tun. Auch mir ging es nicht anders. Doch ich habe mir die Zeit genommen und fühle mich schon nach mittlerweile fünf Wochen, 15 Trainingseinheiten und über 10 Kilo Gewichtsverlust deutlich besser, wacher und vor allem fitter. Eine große Rolle spielt dabei auch die Ernährung. Ja, die Ernährung spielt wirklich eine absolut große Rolle. Also ich würde sagen, es macht 50 Prozent aus. Also man sollte natürlich das Training nicht vergessen. Das Training ist auch ein riesengroßer Faktor, der eine große Rolle spielt. Aber ich sage mal, in der Kombination, wenn man auf beides achtet, hat man den größtmöglichen Erfolg. Und das ist das Entscheidende. Vor allem von der älteren Generation wie meinen Großeltern wurde ich anfangs skeptisch belächelt. Und fast jeder stellt sich mir die Frage, ob es denn auch gesund sei, die Ernährung so drastisch quasi von heute auf morgen umzustellen. Doch dem weiß René entgegenzusetzen. Es ist eher ungesund, wenn du übergewichtig bist. Wenn du langsam wieder zu deiner Normalform findest, ist es nur positiv. Der Blutdruck verbessert sich, du hast viel, viel mehr Lebensqualität, du bist viel mentaler, bereiter und es hat viele, viele positive Eigenschaften, wenn du halt wirklich zu deiner Normalform findest. Und damit gebe ich ihm absolut recht. Bis zur Normalform habe ich allerdings noch ein paar Einheiten vor mir. Und für alle, die wie ich in absehbarer Zeit ebenfalls zur Normalform zurückfinden möchten, für die startet der beste deutsche Scorer im Team der Tigers kommende Woche ein Bootcamp. Am 16. März geht es los mit meinem selbst konzipierten Rock Your Body Sommer Bootcamp. Wir trainieren dort viermal die Woche, immer montags, dienstags, donnerstags und freitags um 21 Uhr. Und das Workout dauert immer so 35 Minuten ungefähr. Und wie gesagt, das Camp ist von Anfänger bis fortgeschritten, da kann wirklich jeder mitmachen. Und ja, ich freue mich schon richtig drauf und freue mich auf die Menschen, die da dran teilnehmen. Freuen können sich auch die Teilnehmer selbst, denn René wird sie nicht nur sportlich, sondern auch ernährungstechnisch betreuen. Was man natürlich auch, was man achten sollte, ist natürlich auch auf die Ernährung. In der Zeit, wo das Camp halt stattfindet, da wird jeder von mir einen Ernährungsplan bekommen, auch für die jeweiligen Bedürfnisse. Die sind ja bei jedem unterschiedlich. Ich habe ja, wie gesagt, Leute dabei, die jetzt gerade erst so wirklich anfangen mit Sport. Ich habe aber auch welche dabei, die wollen noch ein bisschen mehr an Gewicht verlieren und ein bisschen athletischer werden. Also wie gesagt, da ist von allem etwas dabei. Heißt also, es wird nicht nur nach dem in Mode gekommenen Freelettig-Stil trainiert, sondern es warten Übungen auf Sie, die Sie so bisher bestimmt noch nicht kannten. Sie sehen also, man kann auch in kurzem mit wenig Zeit etwas an sich bewegen. Wollen auch Sie dabei sein und fit werden in 28 Tagen? Ein paar wenige Plätze sind noch frei. Infos und Anfragen gibt es im Facebook und per E-Mail unter rockyourbodyatmail.de und jetzt rockyourbodyatmail.de